abnehmen apps richtig nutzen also wieder echter patienten fall aus der praxis fragestellung patient hat die app genutzt hat aber nicht abgenommen und da ist die frage was kann man da jetzt tun ich bin die rose fröhlich eure ernährungs tante für alle sie noch nicht kennen fragt mir gerne für mehr ich freue mich auf euch ihr wisst ja wie das geht plus weg und weiter geht's das heißt ihr bekommt natürlich mehr content wenn ihr mir folgt so also zur fragestellung zurück patient in diesem fall kam und hat mich gefragt dass er mit der gerne abnehmen will und sorry mit einer app arbeitet aber an der stelle die gewichtsabnahme nicht funktioniert hat dann haben wir in die app reingeguckt und ich erlebe es eigentlich zu 80 prozent ungefähr dass immer wieder die apps falsch genutzt werden für die gewichtsveränderung das heißt man gibt ja seine daten ein größer gewicht dann rechnet die kalorien aus und in der hauptseite des sogenannten der sport gibt es oben immer so ein halbkreis häufig und da steht eine kalorienanzahl drin die ist in der regel der rundumsatz nicht unbedingt die kalorienmenge die überhaupt pro tag gegessen werden kann weil die verändert sich in dem moment häufig gibt es ein pluszeichen weiter unten nimmt der sport wo ich sport und die ernährung ja eingeben kann und auch die flüssigkeit also das was getrunken wird und wichtig bei den apps und das noch mal für euch alle ist wirklich die bewegung einzugeben ich erlebe es immer wieder dass die leute zwei drei vier fünf tage die woche manche auch sieben tage die woche unendlich viel bewegung haben sei es mit sport sei es mit alltagsbewegung sei es mit bewegung auf der arbeit von denen die viel einfach laufen zum beispiel kommen da auf 10.000 schritte da ist es ganz wichtig die kalorien auch einzugeben also das heißt die kalorien wieder zu verbrauchen und die nicht die kalorien einzugeben sorry sondern die bewegung einzugeben damit wir sehen was an kalorien rauskommt weil der grundumsatz also der kalorien bedarf sich dann erhöht die patienten sind ganz häufig erschrocken dass die plötzlich 1000 800 1900 vielleicht auch 2000 2500 für die die sehr sehr viel sport machen brauchen manchmal auch nicht erschrecken fast 2800 kalorien oder 2500 und die patienten sitzen immer vor mir und sagen dann das kann doch gar nicht sein frau rose fröhlich soll ich plötzlich so viel essen nehme ich ja zu und dann erkläre ich immer dann muss ich vorstellen wenn ich mit einem auto fahre muss ich das ja auch nachtanken oder elektrisch laden damit ich vorwärts komme das heißt die muskelzellen brauchen energie genau wie ein auto benzin braucht damit es fährt und so ist es auch mit dem essen das heißt wir müssen genügend essen natürlich auch immer genügend eiweiß essen in diesem falle mindestens 70 bis 90 gramm oder mehr damit wir genügend kalorien haben um körper fett auch abbauen zu können und habe ich genügend eiweiß und genügend bewegung kann ich auch die muskelzellen besser aufbauen das heißt das geht ineinander über von daher ist es natürlich wichtig auch die kalorien einzugeben wer sorge hat einfach in die beratung kommen wir gucken uns das gemeinsam an wie der stand der dinge ist und was da los ist ich habe ja bundesweite zulassungen von daher können wir alle patienten von allen krankenkassen natürlich auch betreuen ja ich hoffe das hat euch geholfen wie gesagt lasst das plus da abonniert uns wie viel mehr ich wünsche euch was liebe grüße eure sandra